Hey Leute, ich bin hier zusammen mit Salzor in der Volkswagen Arena und wir wurden heute eingeladen vom Designer Outlet Wolfsburg, da mal vorbeizuschauen und ein bisschen was zu shoppen. Hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Haben wir Bock? Wir gehen los, kommt mit! Hi, Fremus. Ja, herzlich willkommen bei uns in der Designer Outlet Wolfsburg. Ich habe gehört, ihr wollt ein bisschen shoppen gehen. Ja, ein bisschen. Mal gucken. Also ich bin gespannt, was ihr euch da raussucht und würde mich freuen, wenn wir später mal so einen kleinen Blick riskieren gehen. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. So Leute, wir haben jetzt ordentlich Sachen eingekauft und die probieren wir jetzt gleich an. Es war, glaube ich, ein frecher Tag. Wir konnten ein paar schöne Sachen einkaufen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich denke mal, wir haben echt ein paar gute Sachen ausgesucht. Die zeigen wir euch jetzt und wir verabschieden uns für heute. Haut rein! Hunderteid! Ja! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.